Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ergebt euch nicht anzunehmen bei König Murgul Murgul in der bovianischen Tundra an dieser Position. Die Vorquest war soweit mir bekannt das Ersatzkostüm. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 von Shadowlands und das ganze als Stufe 60er Charakter. Also mir sollte es leicht fallen alle Mobs zu töten und dadurch dauert das Video auch nicht so lange. Lange Rede kein Sinn. Jetzt müssen wir uns hier auf die andere Seite begeben. Solltet ihr in WOTLK Classic Questen, dann müsst ihr vermutlich hier vorbeischwimmen. Die Mobs werden natürlich auch adden denke ich bei euch. Und sobald ihr gelandet seid, wenn ihr nicht mehr kämpfen wollt, benutzt ihr hier das Quest Item König Murgul Murguls Reserveanzug. Auch im Event darf zu finden. Einfach benutzen und dann seid ihr als Mobs verkleidet. Ihr seht jetzt die Mobs interessieren sich nicht mehr für euch. Nun müsst ihr einen ziemlich langen Weg laufen als manche hoch zur Höhle. Hier müsst ihr hineinlaufen. Und dann geht es durch die Höhlen. Wir müssen bei dieser Quest die Klaue von Klaximus besorgen. Das heißt wir müssen ihn bekämpfen. Dann sind wir nicht mehr verwandelt. Ich werde darauf achten, ob wir die Verkleidung behalten, nachdem wir die Klaue von Klaximus gelootet haben. Ich bin gespannt. Wir müssen also von hier kommen wir. Ihr könnt hier oben auf der Map verfolgen, wo ich laufe. Und dann geht es hier weiter. Wir müssen, soweit ich weiß, da langlaufen. Ich hoffe das stimmt. Bis jetzt sieht es gut aus. Was ich machen wollte, ist hier diese Verkleidung hier hin tun. Und beobachten, ob sie verschwindet, nachdem wir die Klaue gelootet haben. Wenn nicht, können wir ganz chillig wieder hinauslaufen. Ansonsten müssen wir uns hinaus campen. So und hier ist Klaximus, also am Ende von dieser Höhle. Den müsste wir jetzt töten. Mal schauen, ob er was besonderes kann. Er haut erstmal noch zu. Könnte sein, dass dieses Wisch-Wisch, was ihr gehört habt. Er hat Dots vergibt. Ah, er hat sich gebufft. Schaut mal an. Eventuell könnt ihr den Zauber klauen, falls es solche Skills in der DLK-Klasse gibt. Ansonsten einfach umhauen und looten. Hier war es die Klaue von Maximus. Und wir haben die Verkleidung. Das heißt, wieder verkleiden. Und dann wieder scheinheilig hinauslaufen. Juhu. Da fällt mir ein, ihr hättet das Kostüm sofort nach der Questeinnahme benutzen können. Und beim Hinüberschwimmen wird dann nichts mehr geeditet. Das war jetzt mein Fehler. Hab ich nicht dran gedacht. Aber ihr müsst zugeben, ich kann ja auch nicht alles wissen, oder? Ist mir jetzt einfach so spontan eingefallen. Gut, wir watscheln hinaus. Sieht ja lustig aus. Und hier ist der Ausgang. Genau. Gut, ich werde sofort, ich draußen bin von der Höhle, wieder aufmountern und wegfliegen. Ich würde euch empfehlen, in diesem Kostüm einfach übers Wasser zu laufen. Dann müsst ihr nicht kämpfen. So. Und ab geht's. Da bin ich auch schon. Viel Glück. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau.